Keine gute Tat. Bleibt ungestraft. Keine gute Tat. Bleibt ungestraft. So, also, Tagebuch. Teurer Ring. Muss ich ein sehr teurer Ring gewesen sein, meine Gute. So, also, jetzt will er Bescheid wissen, da ganz schnell weg sind. Gehe ich mal wieder hin, fangt mich mit der Alten. Habe ich aber schon erwartet, weil er so Punkt, 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 der Tänzerin war. Aber was für einen, was hat man davon, Leute, da den Pool zu schicken, um ihnen Platz zu machen wegen dem Ring? Aber auch, aber auch, wie ist der Spruch, keine gute Tat bleibt ungestraft. Vielleicht dachte ich mir halt schon sowas. Jetzt die ganze Zeit, so, 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 im Origin, sagt man ja, ne? Ich habe zunächst gesagt, hätte ich wahrscheinlich immer machen sollen, weil es vielleicht so hinterher zu sagen, so, ich habe mir doch gedacht, ist ja einfacher, ne? Ich dachte mir schon, da ist vielleicht irgendwas faul sein, aber andererseits dachte ich mir auch gut, die Tante mit dem Handschuh, mitten in der Pamba, der hat ja auch ein tatsächliches Anliegen, auch wenn das ein bisschen Banane war. höh 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 kampfmusik kampfgeschick verlässt euch kampfgeschick verlässt euch kampfgeschick 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 Oh, die ist cool, Windform, Tavius Tedram, alles mitnehmen, Möpse. Wie lange hält die Windform? 60 Sekunden, krass. Die Windform ist cool. Neee... 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 Das war jetzt cool, geil, lustig, was hatten die denn so alles dabei, Eisenpfeile, Eisenlangschwert, wirkliche Viperklinge, grausamer Viperstern, hm, schau, warum nicht, ne? Du siehst aus, als wenn ich dir Sachen verkaufen würde, du erst mal reparieren, ja. Erst mal alles reparieren lassen, das ist eine gute Idee. Und dann verklicke ich dir den Kram, den ich nicht haben will. Das trifft auf den Kurzpunkt, den ich kann mal behalten. 4 bis 9, brauche ich nicht, 2 bis 13, ist wie das, nur ohne Effekt, würde ich auch gerne behalten. Gift, naja, ist dasselbe wie das, 4 bis, das heißt, hier ist ja allerdings 4 bis 7, das hier hat 5 bis 8, wenn man die Waffe selber weniger hat, Damage. Ich höre eure Worte. Oh, eine Dame, ich dachte, so ein Kerl. Ähm, so, was haben wir da so für Rüstungssachen? Ups. Schittin-Bein stehen, Rüstungswert 7. Die Bruderschaftssachen sind besser. Das heißt, ich kann eigentlich Schittin-Helm? Ne, die Bruderschaftssachen sind günstiger. Panzerhandschuh rechts und links, ein 7 ist auch weniger als das. Die Amulette behalten, das willst du nicht haben, das willst du auch nicht haben. Gewöhnliche Schuhe willst du auch nicht haben, gewöhnliche Schuhe willst du auch nicht haben. Schittin-Beinschienen, Schittin-Hanisch. Ja, okay. Ähm. Sexy, was du da an hast. Also, ich bin... Hanabi, du siehst sexy aus. Das ist... Ich werde beobachtet. Ich spür... Wirklich? Neu. Hast du eigentlich Sachen, die besser sind als das, was ich habe? Wieso habt ihr alle nur so einen Schrott? Es kann doch nicht sein, dass du mit den Sachen, die wir in diesen Bruderschaftsleuten abknüpft, für den Rest des Spiels gefühlt gerüstet ist. Haha, gerüstet. Verstehst du, weil es eine Rüstung ist? Nja. Oder so ähnlich. Nur hier werdet ihr die rechte Passform finden. Das garantiere ich. Ah, du kaufst so einen Scheiß. Wie sieht meine Tante eigentlich aus, wenn ich der... ... ja hauptsache der rocke ist geblieben aber dem rocke ist auch sexy hier der rüstungswert nicht zwei der wiegt einfach nur was nur hier werdet ihr die rechte passform finden das gar nicht okay gut kann ich eigentlich mehr ringe tragen wirkung durch benutzen gif 3 bis 7 auf ziel schlüssel entdecken ja wir sind unsichtbar war halt auch geil dass du hier immer noch diesen schild die ganze zeit dazu nehmen kannst alles klar man ist unsichtbar alles klar treffen ist nicht meine stärke alles klar treffen ist nicht meine stärke okay so bei den bodenbrüssen sie weg mit der windform war es echt ordentlich schnell sind deswegen wieder zurückgelaufen gut also der luft hängen ist wahrscheinlich auch nicht so weil dann fällt es erstmal runter und dann ist da unten matsche außer dass dieses komische ding des fallens Ey, Ratte. Ja, in die Fresse. Ah. Was ist da? Damit treffen das nicht meine Stärke. aber da scheint dann auch noch ein bisschen an diesem random faktor gekoppelt zu sein wie viele pfeile haben wir jetzt noch 31 ok ein pfeil und bogen ein bisschen rutscht hier wäre auch noch ganz cool wenn man so alles mal so ein bisschen lernt ich meine gut das ist doof da kannst du halt nix am ende richtig ist das halt auch kacke wie beim studiengang aber warum nicht das wird noch viel amulett drin amulett der schatten das was ich unsichtbar bin wahrscheinlich ich würde aber gerne den kugelblitz reinnehmen immer wieder wie gesagt mal ein bisschen mehr zaubern das auch mal ein bisschen hochgelevelt kriegen weil wir immerhin bei der magiergelder womit renne ich rum mit schild und schwert es ist ein magisches schwert das ist wahrscheinlich so die grauzone aber ja ich meine ich habe von der tante ein deutsch bekommen ja so wieder zu schwert ne schön 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 boing boing also noch mal nach wie heißt das ganze ding noch mal alt velocity ich spreche mal alt velocity aus weil es fast wie velocity klingt es ist die alte geschwindigkeit hahaha bah 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 Doneck man sich eigentlich nochmal films Ah, ohne Scheiß, ey. Die Motte beträgt's mal gar nicht mit dem Arsch und so'n Zeug, ne? Das Gesicht ist halt ultra hässlich, ne? Hauptsache steife Nippel haben wir, ey. Das ist eine Leiche, ist schon ein bisschen eklig. Steine Blume. Kann man verkaufen. Wofür wiegt das jetzt auch, glaube ich, nicht? Wie kann ich tragen? Oh, hier 194 von 280. Ich bin fast noch 100 frei. Oh, wir haben schon über die Hälfte des Weges geschafft. Wir sind fast da. Yeah, die Athletik am 48 verbessert. Wie wär's denn mit Speichern? Das wäre doch mal ne geile Idee. Kein dunkler Bruderschaft, langweilig. Oh, du musst wahrscheinlich warten, um sein Dings wieder aufzuladen. Sein Mana gefühlt. Ich brauche halt mehr Mana. Was, was, was war das nochmal, damit ich mehr Mana hab? Wird durchrasten, erneuert. Ja, aber... Welche... Fertigkeit... Verstärkt das Intellilenz? Ja, Intellilenz. Ich brauche mehr Intellilenz. Was? Was ist der Maximale wieder? Er ruht maximal. Sind sie nicht die hellste. Haha. Ist halt irgendwo Kacke, das ist halt kein Skill-Shot. Wird das Ding gerade über den Kopf verloren. Der Problem. Ah! das ding auseinandergefallen guckt euch das an drei minuten hatte ich es trotzdem nicht oder sterben die viecher so ich habe die umgelegt oder ich liebe das wir sind fast da was wir eigentlich noch mal machen beschaffte nachdem ihr griff sie mit einem kompliz mich an es schien als ob all die seine list war um unvorsichtige reisenden ins verderben zu locken und die dwenma röhre genau ist das das da ist das so eine alte ruine oder ist das das da rechts ist der rechts ist es eher oder so das war ja ich bin mir relativ sicher dass es wahrscheinlich das da ist ich habe wichtige dinge zu erledigen bringen wir dies also hinter uns das klingt fast als wenn du irgendwie gerade angeheuert worden wäre es von mir zum knattern auf dem motor bringen wir es hinter uns etwas zu erledigen das ist das Bis zum nächsten Mal.